Zwei dieser Beuteltiere, die derzeit mit dem Zirkus Kaiser in Flurenwinzeln im Landkreis Rottweil gastieren, haben gestern für Verwirrung gesorgt. Die Kängurus waren nämlich aus ihrem Gehege ausgebüxt und hatten einen kleinen Ausflug durch die Gemeinde gemacht. Ein Autofahrer staunte gestern am frühen Morgen nicht schlecht, als eines der Beuteltiere seinen Weg kreuzte. Er verständigte sofort die Polizei, der es gemeinsam mit den Zirkusleuten gelang, die Tiere am Vormittag wieder einzufangen. Nach ihrem kurzen Ausgang in Freiheit sind die beiden Kängurus wieder wohlbehalten in ihrem Gehege und warten auf ihren Auftritt in der Manege.